hallo melbe wie schön dass wir uns auf diese weise mal näher kommen ich grüße euch ganz herzlich aus hamburg an der elbe ich sitze auch in meinem dachstübchen hoch über der elbe und möchte euch erst mal mit musik begrüßen für eure schule die ist ja noch nicht so alt und sie hat bestimmt schon viel erlebt leider nun auch schwierige pandemie zeiten mit corona möge das nächste schuljahr euch wieder viel normalität und freude in der schule bieten ja dann könnt ihr dies lied singen unsere schule hat keine segel und sie fährt nicht auf dem ozean aber wie ein schiff auf großer reise hat sie manchen sturm erlebt in all den jahren unsere schule hat keinen anker doch sie steht und rührt sich nicht vom fleck sie zeigt uns die welt auf ihre weise und als captain steht ja wer steht bei euch als captain auf dem deck ein mann eine frau setzt doch mal den namen an der stelle ein und als captain steht er steht auf dem deck ja manchmal muss man meine lieder ein bisschen ändern damit sie richtig gut passen als ich in australien war das ist nun schon über 20 jahre her da war ich auch in melbourne damals gab es glaube ich eure schule noch nicht ich war in der basewater primary school und da habe ich unter anderem dieses lied gesungen januar februar märz april ihr singt mit wunderbar die jahresuhr steht niemals still januar februar märz april die jahresuhr steht niemals still mai juni juli august weckt in uns allen die lebenslust da ist ja bei euch eigentlich winter der geht nun langsam zu ende bei uns geht der sommer langsam zu ende aber ich glaube lebenslust hat man bei euch in australien zu allen jahreszeiten oder das wünsche ich euch jedenfalls mai juni juli august weckt in uns allen die lebenslust september oktober november dezember und dann und dann fängt das ganze schon wieder von vorne an die jahresuhr dreht sich bei euch genauso wie bei uns nur dass man in den monaten teilweise ganz andere stimmungen hat aber ich denke ihr macht das beste aus dem jahr ich wünsche euch eine ganz schöne schulzeit und wenn die nächsten monate so schnell vorbei gehen wie wir uns das vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen können die letzten monate ging ja irgendwie so langsam vorbei mit dieser coronapandemie dann singt ihr bestimmt schon bald dieses lied in der weihnachtsbäckerei gibt es manche leckerei zwischen mehl und milch macht so mancher knill dich eine riesengroße leckerei in der weihnachtsbäckerei also es ist noch ein bisschen hin zur weihnachtsbäckerei aber wenn ihr dann die plätzchen esst und sie selbst gebacken habt dann denkt ihr vielleicht mal an mich und an dieses lied bis dahin wünsche ich euch euren lehrerinnen und lehrern den eltern allen die mit euch leben in melbourne alles alles gute und ein schönes neues schuljahr euer rolf zuckowski auf wiedersehen auf wiedersehen die zeit mit euch war wunderschön ich sag euch tschüss und dankeschön fürs mitsingern bis bald vielleicht oder bestimmt auf wiedersehen tschüss